die Sorge also mal schon wieder bleibt und in Farbe so wir machen direkt los hier einig dass das letzte Bild als Ladebücher wird sogar Spiel gespeichert hinter ah ja 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 ich erinnere mich ich erinnere mich haben wir eine Nummer gesucht und zwar haben wir die ziemlich lange gesucht um da durch das Terminal zu kommen und ich muss gestehen da mich das genervt hat nach der letzten Aufnahme kurz fix nach geguckt wo die Nummer steht und es ist einfach so peinlich die Nummer steht hier da steht die Nummer ich bin hier bestimmt 10 10 Minuten sind wir hier rumgelatscht wie gekloppt haben nicht gefunden ja hier steht die Nummer 2 4 3 2 3 3 2 4 3 2 ja so einfach war es wer hätte es gedacht so hier kann man ein paar leben das ist sehr nice na flieger nö 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 auch ich habe mich spielen überraschend hier allo was schen und so ein bisschen Munition für uns nice ich gebe es hier also sie scheinen uns immer noch zu verfolgen da kommt die Kopflöße und so ausprobieren nämlich aber genau man kann sich so nämlich die die Seelen holen Zufall mit gesehen als ich nach der Nummer geschaut hat nur hat es sich sogar mehr das ist schön gleich voll saugen ach so wir haben aber vor uns durchgeschaut da hat er den Boden voll geblutet unhöflich sowas ne nicht schon wieder so Jen Jen wo bist du? äh komm wir nicht durch na geisterfreund anders äh manchmal nicht so richtig hier wenn ich benutzen und was übersehen haben nein muss man mal das Patsche Händchen aus der Tasche holen so hoch OP-Kontrolle instabil Vorsicht nein nein er wird nicht an Jen operiert what what hello was haben die denn da zusammen gebastelt ey ist ja widerlich ähm hallo oh Gott oh Gott nein 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 Mist 4 ah haben die uns um die Ecke gedrängt aber wir haben ja hier nochmal Leben gehabt jawohl hier hat es fies schon weg schade aber nicht, liegt noch, liegt so äh also was haben die denn hier zusammen gebastelt oh iiiiih ist schon ein bisschen widerlich oder aber nur ein kleines bisschen wie gespeichert häng äh hab nur nett was fragen wollen wässe hallo der wird gleich aggressiv hier nur indem man ein bisschen bei der Arbeit stört als ob der was gemacht hätte nichts und seite jetzt runter wir gucken erstmal kurz werden wir was ne können wir gar nicht weiter also müssen wir sowieso darunter wollen wir das mal tun würde ich sagen äh hallo wie Kollege wie geht's äh ich hab da mal ne ganz technische Frage ja ich weiß ihr seid alle von der Erde entführt worden ich weiß ihr habt Höllenqualen durchlebt aber warum habt ihr alle rote Buchsen an ist das irgendein Grund ist das grad ein Trend oder so ja das muss mir unbedingt mal jemand erklären wo kommt man denn jetzt raus hallo hexan und rohen gebastelt und man hoch genug ist hey Kollege ein knopf es wird aus wie überwachungsanlage also hier die 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 selbstschuss an das öffnet von der tür weil es auch keine selbstschussanlage oder machen es mal aus alle das war die tür wir können wir jetzt hier praktisch durchlaufen aber was ist das für riesen weg ganz schön gerade schon gesehen ausrüsten und bei leben muni die knarre hier können wir ein bisschen gebrauchen ein kleiner vogel ja schon auf dem weg hier haben wir wieder so ein fahrendes portal bin ich übrigens echt gut gemacht deswegen hier rein und fahren mit der tür in den anderen raum echt nicht cool da wir dahinter noch was mit anderen portal eingang ich dachte ich hätte es aus war das hallo was das hier alles in diese bekommen irgendwelchen leuten drin und ekelhaft dieses an die wände rumgelaufen ist auch leicht verwirrend und wenn ich nicht mehr weiß wo oben und unten ist hier hat man schön weg hier so hallo das ist ein portal warum wackelt das das war gerade über meine munition und geister symbol wenn ich und dann die aufgefallen hallo wackelt sehr oder was und dann wackelt die gt alle erzeit der leichte ekelhaften hat es das schon mal einer zählt und gleich zwei hat und können uns aufladen meine güte wer hat euch doch nicht so was das was das was das ja mal gucken kann man das ding noch mal in der roten energie füllen ist also feuer kann man auch sagen hier haben wir das Leben waren wir hier schon das ist dasselbe Raum hier kommen wir überhaupt nicht durch stehen die Karten wir schon erst mal gucken was hier hinten ist das Level Design ist schon manchmal echt ein bisschen oh eine Rache ist denn nun nice Wir sind zurück mit mehreren Linien. Wir gehen direkt zu den Telefonnummern. Caller, du bist auf der Luft mit Art Bellen. Your man. Excuse me? Your man. What, or who, do I have on the line? I am the keeper. Keeper? The keeper of what? I am the mother. You do? Well, who's the mother? She will allow us to serve. Okay, keeper. Do you have something to share with us tonight? The dark father is attacked. Prepare no kill. You have to. Oh, okay. That's about enough of that. I'm sorry, folks. That's just one of the hazards of live, open live, top radio. Time to time, you get a night full of hoaxes. As you know, I don't speak any of my calls. It's just me, my voice and what you callers bring to the show. At least the callers tonight are pending. Oh, okay. Okay. Das heißt, der Keeper, der, den wir gerade suchen, hat bei unserem lieben Freund hier angerufen und hat was von einer dunklen Säuberung erzählt. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob mir das gefällt. So, ne, wo ging's lang? Äh, hier durch. Und? Der Keeper, den wir hier gerade suchen, ist nicht die Mutter. Weiß, es gibt nur mindestens ein Zwischenboss. Oh, Jen, 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 Jen. Jen. Weißte, wie kann ich das ausschalten? Jen? Jen? Also, sie ist bewusstlos. Fuck. Will ich das lesen? Nein. Das letzte Mal, äh, das ist immer mit die Knöpfe. Das letzte Mal haben wir die, die Menschenerntemaschine wieder eingeschalten. Ich, dass ich da jetzt drauf drücke und, äh, ja, na, dann wird geerntet oder so. Oh, gut. Wir müssen mal speichern vorher. Jen? Scheiße, Jen? 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 Jen, I'm getting you out of here. Oh, Tommy. I thought I lost you. Oh, it's so terrible. Oh, God, the things I've seen. They're using people for food, Tommy. I know. Listen, we gotta get out of here. Jen, we're gonna get out of here. Some kind of spaceship, Jen. They call it the Sphere. I wanna go home, Tommy. Back to the Resolution. I think I found us a way out. Let's go. Oh, Jen. This place is pretty fucked up, Jen. They're taking people in. But I found some guys who can help us get out of here. But I gotta help them first. Come on. Ähm. Okay, die Türen sind zu. Warum ist Jen eigentlich so besonders? Warum wird sie nicht einfach geerntet? So wie die anderen Leute? Ähm. Und wo geht's weiter? Können wir das wieder einschalten? Na? Kannst du dir gar nicht vorstellen, wie lange wir dich gesucht haben, Eule? Ein Haufen Alien sind in den Arsch getreten. Äh, aber ich weiß noch nicht, wo es weitergeht. Und ich habe auch keine Waffe zum Aus... Was? Scheiße. Okay. Was ist passiert? Es gibt keine Zeit, um zu erklären. Wir müssen gehen. Jetzt! Komm, schnell, Jen. Los! Denn wir haben keine Zeit. Und deshalb habe ich keine Waffen, Jen? Hast du wieder aufgeräumt, oder was? Ah, immer wenn du aufräumst, ne? Wenn du aufräumst, das ist wie wenn andere was verstecken, ey. Unglaublich. Meine Güte. Die dunkle Ernte. Die voll Ernte. Meine Waffen wieder? Hallo? Ey, du Wichser! Was ist passiert? Was ist passiert? Hilfe! Ich glaube! Keeper Look. Found uns. His Hunters. They were everywhere. We must stop them. Before they destroy the portal. It is our last hope. Save. My... My people. Jen. Kill them all! Stay here. Du willst mich nicht verlieren? Ich kann seit dir an der Agerand. Hallo. Uuhu. Ich guck mal, das habe ich auch. Boah krass, das lag aber nah. Tup, 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 seelenernte, wir haben ein bisschen Muni, äh, lebenmännlich, wir brauchen ein bisschen Muni, hey, hallo, Kollege, was geht, ok, wo ist der Drecks, uah, da was, iiiiih, Was? Ähm. Ach, scheiße. Wir sind definitiv auf dem Weg zum Keeper, können wir das kaputt machen? Das sieht nicht so aus. Oh, meine Güte. Uah, ganz schön großen Radius, die Dinger, ey, unglaublich. Was ist denn du vom Jahr? Muni, das brauchen wir auf jeden Fall. Hau ab. Ich bin ne Zeit mit euch zu spielen hier. Meine Güte. Hallo. Hallo. Komm, bringt mich zu eurer Mutti hier. Nur denen wir mal was klären können. Der Kleinscheißer. Wie ist das ein, wie ein Geistersymbol über, ähm, über der Munitionsanzeige, aber ich weiß nicht so richtig, was mir das sagen soll. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so, die Show. So, hier was, nein. Hallo. Oh, das war einer von unseren. Soll ja mal vorkommen und wenn das nicht aussieht wie eine Arena, dann war. Na gut. Ich kann erstmal oben bleiben. Eben. Sehr schön. Na, getraust du dich her? Wächter. Muni. Immer gut. Noch mehr Munition. Komm mal ran auf den Mädel, wenn du dich getraust. Oh, hallo. Ich hab schon eine Hand für dir. Wer ist mit einer zweiten? Ui. Fuck. Huhu. Ich hab keine Lebensanzeige diesmal. Ich bin mir nur, scheiße, ey. Ich hab kein Leben mehr. Bin mir nur nicht sicher, was das heißt. Entweder, wenn man so noch gar nicht, ach so, er liegt schon. Juhu. Äh. 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 Äh, wo schießt du denn das Ding hin? dann legte ich mal zu deinem Kollegen auch schulden drüben war glaube ich noch Munition der Scheiße um leg dich hin jetzt sei Ruhe das war ja noch relativ was soll denn die Schatten ein Junge das geht doch ach quatsch es wirkt nur so wenn wir jetzt schon wieder hinterher wirklich mit fünf stunden verbracht die alte zu finden wir lassen sich drei minuten alleine oder nähe geradebildschirm verfolgung so kurzes kaffee bei mir in die Olle unglaublich die Zusebäder Hauptsauber war der Entfernung ja 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 wir sind ja schon auf dem Weg mit dem Falle noch mal lieber neue Muni da schön aber jetzt angemacht so ab hier ja ja gut ich habe die Zeit zum Spielen hier hallo ähm willst du denn bitte bist wieder das Geiste so ist das vielleicht einfach nur, dass wir uns hier eine Seele schnappen können augen, 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 egal hier geht es weiter hier war noch eine Türe an die Woche ein können ablos munition und aussicht das wird hier irgendwas damit das mal ausfinden gehen ob das immer das schon ich über nein wegschießen, ey. Ach, habe ich mir die Tür zu machen. Na, cool. Hat nicht oft gefallen. Ja, geschenkt. So eins, bitteschön. So, mal jetzt Ruhe. Na, da guckst du gleich da, hä? Was ist denn los? Pläner. So, den hauen. Tja. So, was denn jetzt? Hä? Na, damit habt ihr nie gerechnet, wa? Das ist ein Knüpfchen. Das drücken wir mal an. Nee, wir haben noch ein bisschen Munition. Und Seelenenergie sammeln hier. So. Ähm, hier noch was. Äh. Ja, die klarlose Strick-Tartik-Knotch. Nicht im Dunkeln. Hier mal noch die Tür. Das Ebenen, zwei Ebenen, ein. Okay. Oh, leben. Sehr schön. Und... Knöpfchen müssen wir noch drücken. So, jetzt haben wir nur einen Alarm ausgeschalten. Na, gut. Aufzug. Aber wo ist hier? Ach, das ist ein Aufzug. Ah, okay. Ich bitte mal noch nicht rausgehen. Lass mal sehen, ob hier irgendwas um drauf sitzt. Beziehungsweise ich muss gar nicht raus. Also nur hierher. Okay. Ebenen, zwei ist dann... Na. So eine dritte Ebene. Ich glaube nicht, ne? War noch bloß zwei Knöpfe auf dem Projekt. Könnte ich noch was zum Einzelnen nennen? Zug! Ich hab doch gedrückt. Ich schwöre. Jetzt. Aber Energie gleich wieder alle. Noch jemand? Irgendjemand hier was zu melden? Nein, danke. Sehr schön. Was ist das denn für beschissener Aufzug? Das ist kein... Kein Weg zu einem... Aufzug hier. Einer Munition? Ich... Irgendwas als... Geist? Nein. Ach doch nicht, dann haben wir nicht ein Feuerzeug. Aha. Genau. So war das. Oh, hallo! Kommst du denn her? Der wieder so... Wir sind so... uro.